Echt viele haben mich gefragt, ob der Pool kalt war und wie ich diesen Ring hinbekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich einen Neoprenanzug anhatte und meine Tauchlehrerin sogar einen Trockenanzug. Einige haben sogar gefragt, was passiert, wenn man da unten auf Toiletten muss. Kalt war der Pool auf jeden Fall für mich, vor allem als wir die Einführung gemacht haben. Ich aber ehrlich gesagt auch sehr nervös war. Den Ring bekommt ihr hin, wenn ihr die ausgeatmete Luft über euch schlagt und dann diese Bewegung mit Faust und Daumen macht. Wer genau hinschaut, sieht, dass das nicht der Fabius den ihr kennt, denn ich hab nämlich gar nicht gecheckt, wie das geht. Und wenn ihr auf Klo müsst, gibt es ein Badezimmer mit Badewanne und natürlich einer Toilette, die ihr aber hoffentlich nicht benutzen müsst.